Bum, 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 bum... Can't stop the thing, I'm just bloody... Sorry, ahem. Mahnung, Ihre Kfz-Versicherung wurde wegen Nichtzahlung der Beiträge ausgesetzt. Wir von Ihnen grüßen Happy Versicherung. Happy Versicherungen, fahren Sie happy, fahren Sie mit deinen Lächern. Hier können wir doch was Besseres anlegen. Nach Revolutionsmusik. Ein Auto von Pager Motors. Das ist ein Motorfahrerauto, verstecken und zu Fuß gehen. Tja, was machen wir? Das nimmt weniger Energie. Das bringt wahrscheinlich mehr... ...auf Haken. Ach, was soll das? Gehen wir mal ein bisschen durch die Wüste. Wir haben aber weit gefahren. Das ist ja beinahe langweilig. Und die ganze Strecke mit dem Auto fahren sind wir ja bald da und dann kriegen wir nichts mit auf dem Weg. Und die Brudigere. Wenn wir jetzt durch die Wildnis... ...und dann irgendwie die Ratsamer... ...oh... ... Ja? 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 Was für... Wie was? Ist er besoffen? Ich hatte ein Date mit Mama Bear. Sie ist die Polizei. Also ich habe nicht gezeigt. Ich habe mich verabschiedet. Und dann habe ich wirklich... wirklich verabschiedet. Äh, bleiben Sie mal kurz stehen hier. Sekunde! Ich kann auch hier gerade nicht... Kann ich immer auf die... Nein, ich kann nicht. Was? Obwohl you look at Petrii sei... Most wanted criminal. I can never be with Mama Bear. Mmm hmm hmm. Damn. Ich weiss nicht ob das klauen wird. Töne, Mama Bear kann diese Rock movem! Wait. Ähm, was tun wir? Und jetzt? Ach, scheiße. Ja, das hat mich übergehoben. Oh Mann. Ah, komm mal! Räst dich auf den Boden! Oh, schneller als der Wind! Jesus! Knie! Ich bin gegen einen besoffenen Gewinn. Das ist nicht schwer. Ich rieche wie der Wind! 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 Oh, meine Knie! Die Schmerzen sind... ...einschuldigend! Oh! Oh, du wirst. In der Runde Fußball spielen! Du hast 5 Kicks. In der Schule mein Name war The Wall. So, du kennst. Hell yeah! The Wall baby! 4 Kicks left now. Schau. That one went through where my fingers used to be. 3 Kicks left. I don't think you're Olympic squad material. You only got 2 Kicks left. Better make them good. Come on. Come on. I have double vision. And I went for the wrong ball. Just one kick left. I want to see your best young bud. Come on, that must work now. And, from left. What? As if that happened. No, decent score. But, if the Wall was sober, You'd have a big fat zero. Oh, Jesus. Ah, beat. Come on. Let's sit over here. The whole thing is quite strange. Sorry. Uh, wild friendly guy. What's going on? Yeah. Yeah. I feel it in my bones, kid. Something good. Or real bad. Yeah, that'd be nice. But I wouldn't hold my breath. Well, I sweated a lot out. Sometimes, when I get drunk, I become the Wall. I'm sorry you had to see that. Anyway, I feel better now. It's just this whole thing with Mama Bear Is brought up the past. And Connie. Well... Connie... Was the love of my life. But... She died... 10 years ago, When the peak collapse. She... Was my everything, young blood. She died... She died... Well... She was young and committed. Like me. Don't... She died... And beautiful. So... God damn beautiful. I'll miss her... For the rest of my days. Mmm... And I appreciate that. Young blood. Oh... She is. That voice... And she's tough. Tougher than I'll ever be. But kind and funny too. Cause Mama Bear is the Po-Po, young blood. And I'm a black brigade carrying around any... And a radio transmitter. It's not exactly meant to be. That it is, young blood. That it is. It kind of and is the reason why this is. And... I've already had's. I've only experienced her... Is a... Europe... One... Who Is... That... She died... versuchen ich dachte an deine karriere in der politik ich mache mein abschluss ich habe in der Tat, eine sehr sanfte Stimme. Das sagt man mir nach. Also nicht mit einem Genk-Karater, aber sagt man mir, wenn ich mal wieder... Ich verstehe ich nicht, aber okay, wenn ich das finden, dann... habe ich schon öfters gehört, dass meine Stimme schön sein soll. Verstehe ich nicht, aber okay. Dann nehme ich es so hin. Das klingt gut, Junge-Blood. Jetzt sehe ich hier nicht so hin. Okay. Ich denke, ich werde hier nur ein bisschen sitzen und den Blick aufzunehmen. Wir genießen ein bisschen die Aussicht. Äh, wunderschön Aussicht. Ich hoffe, wir noch mal zu dem Weg. zu trampen, laufende Anhalter. Ich glaube, jetzt war... äh... ein Trampen-Busfand da zu Fuß. Ich glaube, jetzt war es noch mal eine Weile lang gut. Gut, jetzt sollten wir mal wieder trampen. Das soll was... Nachdem wir den Tramper da oben, wie das Name ist, gibt es jetzt eigentlich nur noch einen, den wir da begegnen können. Und das nachts. Das kann nur richtig schlimm werden. Ach, wisst ihr, was ich hier laufe? Oder? Bin mir nicht sicher. Ah gut, wir trampen. Das haben wir noch nicht gemacht hier. Da. 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 Du bist glücklich, dass ich dich gefunden habe. Weißt du das? Bei ihr? Ich hätte ja gedacht, das war bei den anderen. Hey. Ich bin eigentlich. Es ist vorbei. Ich kann jetzt nach Hause gehen. Nicht weit, wo sie dich gefunden hat. Es muss ein HUB nach hinten sein. Ja. Be careful. Ja. Ich hörte ein Kind mit einem Smuggler. Ich wollte das, aber es war zu viel Sicherheit. Es ist schade. Aber ich kann nicht warten, in meiner eigenen Bede. Ich verstehe. Ich verstehe. Hey. Was hast du darüber gesprochen? Ich verstehe. Ich verstehe. Du bist weg. Deine Eltern müssen sich aus der eigenen Geist. Alle direkt. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Deine Bilder. Deine Leute müssen sich Angst haben. Das stimmt. Ich verstehe. Ich würde ein bisschen Chit Chat, Kind. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen jemanden sterben, für irgendwelche Räsen. Alle Units, wir haben ein Code 10. Brigade Radio Kommunikation in Progresse. Die Source kommt von irgendwoher aus der Route 42. Over. Heute ist mein Glücker Tag. Ich werde endlich diesen Brigade Transmitter finden. Unit 2 hier. Ich bin Nordbräder 42. Over. Da sind die Strasse zu uns. Äh, ich würde das ungern sagen, aber... Oh. Verdammt. Und der Arme. Und die Arme. Aber gut für uns. Oh, verdammt. Ich gehe jetzt aus. Tut mir leid. Kann man sie irgendwie retten? Ich würde sie unheimlich gerne retten. Kann ich beide retten? Oh Gott. Ach Nö. Ich kann doch jetzt nicht die Bullen retten und das ist... Fack, 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 fack. Scheiße, Mann. Ich kenne mich nicht, das ist verdammt. Ich kann doch nicht. Warum habe ich die Wahl? Ich habe nicht mehr viel, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ist auf jeden Fall die falsche Wahl. Scheiß drauf, tu das Richtige. Ich hoffe, sie kann... Ich hoffe, sie kann... Das geht noch retten, irgendwie. Ich habe das Richtige getan. Für Papa Bär. Nicht für sie. Für den guten Job. Für den guten Job. Nicht für sie. Ach, nö. Nicht schon wieder. Was? Verdammt. Das ist nicht gut. Das gefällt mir eher weniger. Mein 20 Juni. Ach, ja schon wieder. Das war so klar. Wollte es gerade sagen. Warum ist er immer der Politist? Das ist viel besser. Und sollte jetzt wieder auf der Patrouille sein. Wollte ich immer wieder ansitzen. Das ist doch blödsinn. Das war das Straßenschild. Die Umfahren sind doch bestimmt fett. Das können wir nicht die Baren. Ja, ja, ja. Plan das, ja. Nur hier kommt Sonderbutsch. Ja. Ja. Hm. Straßennangeln und Straßennangeln gehen Trampen. Hm. Welchen Weg nehmen wir? Sie hat mehr Energie. Was ist denn da noch? Was ist denn da noch? Das muss aber nichts heißen. Das ist am weitesten von der Grenze entfernt. Das sind elf Tage nicht gesehen. Wir müssen mal die Hotline anrufen. Unbedingt. Im Spiel. Hm. 16, 10. Das ist wenig Energie. Das muss aber nichts heißen. Wir können auch eine Aufnahme. Wir können auch hier wieder parieren. Ich habe jetzt gesehen, wenn man dort ist, wo man dort ist. Ich nehme die hier. Hm. Ich nehme die von der Bitter. Auf geht's. Ah. Alex. So. So. Okay. Schauen wir uns mal hier unten. Okay. Wir sind noch mal. So. Wir sind das jetzt nicht. So. 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 Liebe Sarah, ich habe einen neuen Platz gefunden, dem ich ein paar Nächte verbringen kann. Ein verlassenen Lieferwagen neben einer Tankstelle. Hoffentlich entdeckt mich der Tankstellenbesitzer nicht, oder der ein großer Anhänger von Tyrex zu sein scheint. Ich hoffe, es geht dir gut, Jake. Vermissten, Bilder. Ich denke, ich bin nur ein normaler Genius, nicht ein Genius-Genius. Yo, depresionante. Okay, starten wir von dem Beginn. Du hast das geschafft. Nichts tun, ja. Ich bin nur ein normaler Genius, nicht ein Genius-Genius. Bist du da drin? Ich würde mich doch erst mal nochmal gucken. Ich bin nur einig. Ich bin nur einig. Ich bin nur einig. Ich bin nur einig. Ich habe alles versucht. Bord! Was bist du? Ein Ninja? Aber sie spielt gar nicht. Die Skizzen eines Schrengkörpers. Du hast von dem Jungen gehört, dass er eine ganze Störung ist. Ich weiß noch nicht, aber es scheint, wie etwas großartiges wird. Ich weiß noch nicht. Warte, ich habe eine Idee. Du kannst sein, mein Schrengkörpers. Du bist ein Genie. Du bist ein Schrengkörpers. Du bist ein Schrengkörpers. Du bist ein Schrengkörpers. Ich will nur sehen, ob ich aufstehen kann. Ich werde es überhaupt nicht nutzen. Cool, cool. Erstens habe ich die Resistenz mit meinem Voltmeter. Und alles sieht gut aus. Dann habe ich die Schrengkörpers. Ein bisschen schrecklich, aber egal. Du hast geprüft, ob Strom macht nichts. Du bist ein Genie. Du bist ein Genie. Du bist ein Genie. Ich weiß nicht, dass es für ein Genie ist. Wie lange bist du noch. Wie lange bist du noch? Schau die Schrauben, um zu sehen, wo es geht. Das ist wie der Generator finden Sie. Interessant Wir können uns bewegen Auch klar Wir legen ja alles ab. Willst du bestimmt, da steht man dafür Ich kann jetzt noch mal laufen Ja, du hast das, homegirl Ich dachte gerade die... Munition ist alle. Randale. Ich glaube wir haben alles abgewäumt. Schade gibt es kein Achievement. Oh! Geld. Autoschlüssel. Musik. Cool. Das hätte ich doch sagen können. Nächster Hacker. Jetzt muss ich. Das passt doch gerade. Das Öl fast durchlöchern. Die Kabel läuft auf dem Boden. Lass es folgen. Leid den Weg. Delle mir, wann du findest, wo es geht. Ich komme. Ah, ah, ah. Der Generator ist hier, Yo. Wir müssen es jetzt beginnen. Die Schlüssel sollte hier irgendwo sein. Oh, jetzt. 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 Eine kleine Unterricht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 I know the road is my own 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 I know the road is my own